So, und wir sind wieder im Spiel und hoffen, dass es diesmal klappt, du Wechser, Junge. Aber schade, ich... Entschuldigung, ich wollte mich ein bisschen zurückhalten diesmal. Was ein bisschen nervt ist, dass hier jetzt keine Katanas rumliegen? Ja, das ist Yubi-Schuld halt, ne? Offizielle Beschwerde an... ...bewahren. Autsch. Bin aufs Dach. Boah, ich kann die Zombie schlagen und es bringt auch was. Nicht wie eben in der Aufnahme. Echt? Warte, ich muss nicht beides machen. Oh mein Gott, ein Zombie. Oh mein Gott, noch ein Zombie. Warum hast du so einen Pedo-Stimme? Das weiß ich nicht. Das ist ein Pädobär. Oh, sorry. Ich hab den Schwarzen eingeschossen. Ja. Lade! Okay, okay. Ich würde mal sagen, ich würde mal den ersten Spiel haben, die mehr Waffe sind. Ja. Jeder schnappt sich eine Waffe. Okay. Look behind you, bro. There's a Jockey, bro. Bro, wait, I'm coming for you. I got the Jockey. There's a Smoke, bro. Ah, 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 ah. Alter, beleidige Rochelle nicht. Wow, Spitter. Der ist ein Spitter. Rochelle. Oh mein Gott, ein Zombie mit Warnbäste. Habt ihr eigentlich alle Waffen und ich hab nur einen Arx. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon so drin warnt. Weil du ein fetter Klops bist, der am besten mit einem Arx ist. Deine Mutter ist ein fetter Klops, der schwarz ist. Woher weißt du, dass Jugo nicht vielleicht so weit sind hat? Das war geschätzt. Okay. Was war das? Woher weißt du, dass Jugo nicht zwei Brüste hat? Ah, fuck. Könnt ihr die mal bitten. Ja, wo soll ich denn hinschießen? Ja, da oben, Mann. Oh Gott, warum du fragst, wenn du sie eh weiß, Mann. Kommen ein paar Zombies, oder? Oh, Boomer. Ich will hier nur ne Runde spielen, das ist Hunter. Ich will hier nur ne Runde spielen, das ist Hunter. Ey, Alter. Autsch. Auch gar nicht da, ey. Irgendwo ist ein Hunter? Ja, ein Hunter. Oh mein Gott, mich hat ein Smoker. Ja, das ist ja nicht gut. Das ist ja nicht gut. Ey, wie das schon direkt total beschissen läuft hier. Wie ich noch nicht mal nen Medipack hab, Alter. Was hab ich denn gemacht eben? Nichts, das ist ja eben. Boah. Jubi, lass das Ding los. Lass es einfach. Lass es einfach. Oh was das bedeutet. Let's get ready to rumble. Weißt du, wir müssen den kompletten Weg hier nochmal zurückgehen. Nöööööööww urst warum? Darum, weil wir nur Benzin holen. Oh what the fuck, Mann. darum sind doch irgendwie hier ist doch irgendwie feier munition nicht richtig genau das was wir jetzt brauchen jubi mit einer kettensäge was jubi mit der kettensäge muss man ganz kurz gibt es doch nicht wo ist ein boomer oder oben ist was das nicht in ruhe wie sagt ihr eigentlich alle großmembraner weil wir geil sind ja das ist nicht weil wir nicht wissen was wir mit unserem geld sonst machen sollen die begründung finde ich schon wesentlich seriöser wir sind überreiche youtuber und haben zu viel geld ja ganz genau weil durch unsere übermengen klicks die wir andauernd kassieren müssen wir uns halt unser geld mit einem großmembran-Mikrofone ausgeben klingt vernünftig was ist das hier ist ein medikum für dich ich brauche so etwas nicht ich habe schmerzen für den nö ja die brauchst du auch ach die tabletten oh da ist eine witch jubi ich finde es richtig unsere warte nein 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 das ist eine reichweite hinter dir ist die witch was geht hier gerade ab man hört immer nur auf der ferne jubis kettensäge scheiße ey, kack, ich hab die bald leer gefeuert ach hier ist Boomer Kotze oh Boomer Kotze, ne ne, ich geh mehr auf Boomer nicht ne, ich mag am liebsten die Rohrkappen den Rohrkappen, das ist der beste eigentlich hallo, hör auf deiner Herd, Kettensäge auf dir ja, ich hab nichts anderes, lass mich mal vor hä, ne, ne, wir schießen doch nicht oh, 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 oh ne, lass mich doch da hoch hallo hier ist was, hier ist was, hier ist was, hier ist was, ach so, hier ist naka hier ist ne Bratpfanne wow auch man will dieser Smoker mich verarschen ey, ich hab das schon bam, ich hab das Bratpfanne hier ich stehe und das auch für mich anzuschießen oh, what the fuck, die hat das ziemlich ja, aua, das ist wunderbar sieboku ich hasse das ich hab das schon ich hab das schon ich hab das schon ich hab das schon Jagdgewehr, nein scheiße ich hab das schon ich hab das schon BAM, in your nuts Nutshot erinnert mich schon wieder an Saints Row wir haben eine übermächtige KI Rochelle hat die Tür geschlossen da ist ne Witch rechts von uns viele Witches wollen die eigentlich noch aufholzen? ich hab eigentlich immer nur eine gehabt wenn ich so gespielt hab ja, ich nämlich normalerweise auch deswegen frage ich ja ich hab das jetzt sparnisch vorhin wer hat die Witches angeschaut? Jockey das spielt aber auch irgendwie echt extrem wow 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 wie der erste an mir vorbeispringt der Assi Mann scheiße wie schlecht bin ich denn? äh das weiß ich nicht vielleicht liegt das nein, nein sie ist traurig dass wir so schlecht sind ja, genau das ist so erwärmlich oh einige Autos verfügen über eine Alarmal- einige Autos? boah sind das Billigproduktion wenn sie keine haben wollen krass, oder? ja, irgendwie schon zwei von 19 Autos verfügen über eine Alarmal- wir wussten schon, dass Honda keine Alarmanlagen verbaut ja, ja ok, das war's not enough save room save room over here ich will in the save room in the save room in the save room ja, geh mir mal rein, da ey, ich werde mal boah, Spitterfotze nein alter Charger Charger boah was ist los, Jürgen? nanananananananananananananana du darfst zu deine Kettensägerei kommen ey, das ist doch nicht normal was hier abgeht wuuu äh es hat quantidade drei Witches und Charger eines Bitter in Davos okay ja, und zwar direkt an der Tür das ist ja noch viel härter ey Mit dem Granatwerkacken sie mehrere geht in dem nur immer einen Schuss tönen mhm habe ich schon ausprobiert Naja, das lief doch einigermaßen, würde ich sagen. Aber man sieht Jubel mit Kettensäge, 27 Kills. Boah. So, ja. Das kommt jetzt erst bei mir, alter. Ja. So, was haben wir hier noch alles? Also, das habe ich hier zwei Pistolen, ich brauche, ich brauche eine Bratpfanne. Seit ich mir im Spiel bin, ich bin jetzt im Spiel. Ich habe mich schon mir schon mal gegessen. Also, ich bin noch gar nicht im Spiel. Also, jetzt bin ich im Spiel. Ich bin hier ja im Alter, auch die anzuschießen. So, ich bin auf jeden Fall die Boomer-Kotzen mit. Und Medic. Was? Was? Aber das werde ich noch nicht benutzen. Oh, der schon wieder. Adrenalin hier. Äh, äh. Oh, ich bin da. Oh, guck hier so. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, man geht die Tür wieder zu, ey. Oh. Mahnzeit. Nein, ich esseginin. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, oh, nichts herausstammtes. Wow. Mann, verwirrt mich doch nicht so. Oh mein Gott. Näch, nicht, nicht, nicht. Näch, ich habe gasst. ich endlich mal schöner Achtung, Ducatel Diesel Ducatel Diesel, was? Oh oh oh, ja ich seh's In den Magen Ducatel Sugar Blitter Jawoll Rochelle, die olle Hure Na, hör doch mal auf Ja, es tut mir leid Jawoll, Yubi, die olle Foss Nö, ich krieg's Oh Wow, 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 wow Wacht auf, den Spannler ist Okay, irgendwie geht's dir gerade ein bisschen ab Ich schau mal, einfach so ein Stück Wieso hab ich eigentlich ge- Ah, ich bin von dem Radfahren, okay Natürlich im Radfahren Wow, wow, wow Ich glaub's Selbst noch die Pferde-Telefoni, Alter Da war nicht noch einer Nö Ja, der ist straight auf Yubi zugesteuert Aber der hat sich ja nicht gemerkt Egal, ich mach mir jetzt erstmal ein bisschen Omelette Brauchen wir Schwimmflossen Braucht Zombie Eier dafür Ich hab ne Fahne für dich Ja, ich hab auch ne Fahne Du Aspore Erstmal dick einen gefund hier Da ist auch ein Zombie Oh mein Gott, die Sonne blendet Die Sonne, die kann nicht ziehen Ich kann nicht ziehen Oh, 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 oh Ich hab auch Versehen aufziehen Boah, Schweine, Junge Schweine Wer schießt da eigentlich immer überflüssig lang Das ist Rochelle Ich glaub Ich werd jetzt offiziell beschimpfen Schnell die hoch, schnell 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 die hoch Wir müssen überleben Ich bin runtergefallen Ich bin runtergefallen Ich bin runtergefallen